So Leute, zum nächsten Video. Heute gibt es Spielsimulation für den Flügelspieler. Einmal die Ballan- und Mitnahme und natürlich auch Flanken. So Leute, zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren und schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt, was ihr viele Vorschläge habt. Und vergiss mich nicht, an Instagram zu folgen.